Die Dschungel Mein Name ist Philippe Fernandes. Ich bin Alona Walenetz und wir sind die Dschungel. Wir machen zusammen zwei sehr spannende Zahlen. Die Dschungel und die Alternative. Das dunkle Volk sind Ureinwohner des Dschungels, die Marmee zunächst nicht durch den Dschungel reiben lassen. Aber letztendlich helfen sie ihr sogar, schnell zurück zu ihrem Dorf zu kommen. In der Eternity Nummer repräsentieren Philippe und seine Equipe die Unendlichkeit. Und es geht darum in dieser Nummer, diese Unendlichkeit sichtbar zu machen, fühlbar zu machen. Das ist, glaube ich, eine Szene, die niemand vergessen wird. Es gibt viele Aktionen, Farben, und alles zusammen macht eine große Kombination. Die Show ist unglaublich. Jeder sollte es sehen. Dschungel 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 Dschungel